Wir freuen uns ohnehin immer, die Gäste in unserem Café und in Post bedienen zu können und Erfahrungen auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Das ist eine tolle Sache. Ja, kann ich mich nur anschließen. Es macht richtig Spaß. Man kommt glücklich und zufrieden nach Hause. Ganz genau, so sehe ich das auch. Ich kann mich nur anschließen. Und es sind auch tatsächlich Freundschaften entstanden von Menschen, die sich vorher noch gar nicht kannten, die gar nicht kirchennah sind. Und es ist einfach eine schöne Gemeinschaft entstanden. Für die Verwendung des Geldes, worüber wir uns erst mal freuen, wollen wir auf jeden Fall alle Ehrenamtlichen mitbeteiligen, dass die mitentscheiden dürfen und sollen. Es sind immer wieder Sachen zu machen im Café. Der Fußboden, der ist nicht schön. Die Vorhänge. Die Vorhänge. Es gibt ganz viel, was wir damit machen können. Viele Möglichkeiten. Wenn der nächste Preis kommt, müssen wir uns wieder bewerben. Ja. Ja.